Let's Play Mass Effect 2 Ich bin mir sowas von sicher Gleichfalls Sie schulden Tali auch was Tali hat mir geholfen Ohne sie hätten Saren und die Geth uns alle vernichtet Ihre politischen Manipulationsversuche sind zu offensichtlich Commander Und zudem unnötig Wenn sie und ihr Vater wirklich mit aktiven Geth-Subjekten experimentiert hätten Wären sie schlichtweg Idioten Wozu also Ressourcen bei einem Prozess verschwenden Und wenn nicht Haben wir es mit einem tragischen Unfall Bei der Arbeit für ein höheres Ziel zu tun Auch in diesem Fall wäre kein Prozess von Nöten Erzählen sie uns was über das Laborschiff Können sie mir etwas über die Allerrei sagen? Nur wenig Wir haben ein paar Kommunikationssignaturen Aufgefangen bevor die Geth alles Gestört haben Mein Schiff zu übernehmen Muss die steuernde Intelligenz eigentlich vernetzt sein Sie sollten also mit 10 bis 50 Einheiten rechnen Dann kann das alles nichts mit mir zu tun haben Ich habe nur Einzelteile geschickt Und daraus lassen sich niemals so viele Geth zusammensetzen Okay Meinung über die Geth Ihre Ansichten über synthetische Wesen scheinen eher eine Minderheitenmeinung zu sein Ja Zumindest im Admiralitätsrat Han Garrod sieht nur einen Feind Der zerschmettert werden muss Zal Khoris würde am liebsten wegrennen Und sich in einer neuen Kolonie verstecken Und Shala Rahn kann sich nicht entscheiden Ich hatte gedacht Ryle würde zu Han halten Aber wenn er wirklich mit aktivem Geth experimentiert hat Haben wir vielleicht sogar gemeinsame Ideen Was ändert sich dadurch? Wenn wir Ryle nicht lebend auf der Allerrei finden Was wird dann wohl ihrer Ansicht nach passieren? Das Gleichgewicht der Mächte verschiebt Han verliert eine Stimme für seinen dummen und selbstzerstörerischen Krieg Das würde für Frieden sprechen Weil Shala Rahn viel zu vorsichtig ist, um ihren eigenen Hals zu riskieren Aber wenn der Admiral, der Ryle ersetzt, mir zustimmt Könnte das Ganze ziemlich aufregend werden Denken Sie, Ryle hätte recht? Sie unterstützen Experimente an lebenden Kreaturen? Ryle hat sich für seine Experimente an Geth nicht schuldiger fühlen müssen Als ich früher bei Operationen am Kinderspielzeug Dass Sie an Ihrem Kinderspielzeug Operationen durchgeführt haben, spricht Bände, Admiral In der Tat, Tali Ein Schiff flieht schneller als ich Richtig programmiert, kann es Ziele ansteuern und sich sogar selbst verteidigen Aber es ist trotzdem nur eine Maschine Es wurde nur zu dem Zweck gebaut, seinem Meister zu dienen Und wenn der Meister es wünscht, kann er es jederzeit verschrocken Kein Interesse am Prozess Wenn der Prozess Sie nicht interessiert, warum lassen Sie sich dann nicht befreien? Damit das alte Schlachtrohrs Herrn Garrel und der feige Saar Chorus den Kurs vorgeben können? Sicher nicht Dem Prozess liegt eine weitaus wichtigere Frage zugrunde, mit der Tali Zora nur am Rand zu tun hat Nichts für unruhig Und wie lautet die zentrale Frage des Prozesses, Admiral? Sollen die Quarianer vor den Fehlern der Vergangenheit Angst haben Oder sich mittels ihres Gespürs für künstliche Intelligenz ihren früheren Ruhm wieder zurückholen? Arbeiten Sie an neuen KIs? Es geht Ihnen also ausschließlich darum, ob Ryle etwas Brauchbares über die Gäff in Erfahrung gebracht hat? So ist es Falls ja, könnten wir selbst aus diesem Unglücksfall noch einen bedeutsamen Vorteil ziehen Wollen Sie neue VIs erschaffen? Nein, Tali Zora Ich möchte die Gäff wieder ihren rechtmäßigen Meistern unterstellen, den Quarianern Sie sind verrückt Auf Wiedersehen Danke für die Information Sehr erfreut, Sie kennengelernt zu haben, Commander Ich war nicht so erfreut Den haben wir hier, den Vitor, den haben wir auf unserer ersten Mission, wo wir Tali getroffen haben Shepard, der hat mit allen gut gesprochen Danke Kennengelernt Der die ganzen Mechs auf die Quarianer losgelassen hat Shepard? Wie kommen Sie denn auf die Raya? Unbeabsichtigt Shepard ist hier, um mir beim Prozess zu helfen Ach ja, davon habe ich gehört Ich hoffe nur, Sie haben nicht getan, was man Ihnen vorwirft Haben wir, treten Sie für Tali ein Wären Sie dazu bereit, den Admiralen zu erzählen, wie sie Ihnen geholfen hat? Nein, das heißt ja, aber das habe ich schon getan Sie haben mit mir gesprochen, aber vor viele Leute will ich nicht treten Vitor geht es gut, aber für einen Auftritt in der Öffentlichkeit ist er noch nicht bereit Okay Ich habe mit Ihnen geredet, genau wie dieser Soldat Carl Rieger Wir haben erzählt, wie Sie uns geholfen haben Hoffentlich hat es was bewirkt Das hat es bestimmt, Vitor Danke Haben Sie Informationen Erinnern Sie sich noch an die Kollektoren? An irgendetwas? Nichts Neues Tut mir leid, jedes Mal, wenn ich im Geist dorthin zurückgehe, dann Dann Vitor Kommen Sie zurück Alles in Ordnung Tut mir leid, Tali Kommander Ich will ja helfen, aber ich kann nicht Ich habe nichts gesehen und woran ich mich erinnere Keine Sorge, Vitor Wir finden die Dinger, die dafür verantwortlich sind Und wir werden sie beseitigen Das werden wir auf jeden Fall tun Vielen Dank Geht es Ihnen denn jetzt besser? Achten Sie auf sich, Vitor Nur wenige wären nach dem, was Sie durchgemacht haben, noch bei klarem Verstand Ich weiß Bin ich aber gar nicht Trotzdem danke, Kommander Ohne Ihre Hilfe hätte ich es nie so weit geschafft Zwei Vorbildlichkeitspunkte Tali, Zora und ihr Vater sind außer Kontrolle geraten Sie tragen beide die Schulterranden Nein Sei ruhig Shala ran, na? Du hast mich hintergangen, Shala Du hast Captain Denner angewiesen, nichts zu sagen Damit ich erst beim Prozess erfahre, dass mein Vater tot ist Warum? Die Admirale mussten den Schock in deiner Stimme hören, Tali Sonst hätten sie deinen Versuch nicht genehmigt, die Anarbeit zurückzuerobern Das ist deine beste Chance Beweise zu finden, die dich entlasten Es tut mir leid Großartige Rücksicht können wir uns nicht leisten, Tali Ist Tali Chance so schlecht? Sind die Richter so sehr darauf aus, sie schuldig zu sprechen? Alles, was mit den Gaths zu tun hat, ist hier ein heißes Eisen, Shepard Aber es besteht noch Hoffnung Han Garrel hat vor ihnen und Tali Zora großen Respekt, weil sie Saren aufgehalten haben Für Admiral Corys ist das Ganze ein Kriegsverbrechen und er will eine Verurteilung Und was Admiral Xan will, weiß ich nicht Sie sollten bald zur Alarai aufbrechen Möchten Sie noch etwas wissen? Ich würde gerne etwas über das Laborschiff erfahren Was können Sie uns über die Alarai sagen? Nicht viel fürchte ich Rial Zora hat nur gesagt, dass er eine neue Verteidigungstechnologie erforscht Mir hat er nur gesagt, dass er jedes Gath-Teil brauchen könnte, das mir in die Finger fällt Ich habe vermutet, er hat Waffen an Gath-Komponenten getestet Wir wussten nichts davon, bis die Alarai ein Notsignal sendete Dann brach der Kontakt ab Wir wussten nicht mal von den Gaths, bis unser Bergungsteam angegriffen wurde Wir haben also keine Ahnung, was uns dort erwartet Sie sagen also, es liegen keinerlei Daten darüber vor, was in dem Schiff vor sich ging? Genau das sage ich Die überlebenden Marines haben in den Hallen Leichen gesehen Wir müssen das Schlimmste annehmen Nein, das müssen wir nicht Beziehungsweise Wie lange kennen Sie Talis Familie schon? Das war noch bevor Rial Admiral wurde 25 bis 30 Jahre schätze ich Ich war bei Talis Geburt dabei Ihre Mutter und ich hatten unsere Anzüge synchronisiert, damit wir im selben Freiluftraum sein konnten Ich war danach eine Woche lang krank Aber es hat sich gelohnt Ich habe Talis von ihrer Mutter genommen und in die Blase gesteckt Sie hat geschrien wie am Spieß Äh, was ist denn eigentlich mit ihrer Mutter? Aber ich frage jetzt mal, was ist mit Talis Vater? Rial scheint in Talis Leben eher eine geringere Rolle gespielt zu haben Das ist schwer zu erklären Ich sollte nicht Schon gut, Tante Schala Keine Geheimnisse unter Kameraden Ich glaube, ich habe Shepard von meinem Vater erzählt Wenn du meinst Rial hatte sich ganz Der quarianischen Sache verschrieben Ihm blieb kaum noch Zeit für seine Familie Er wollte Talis und ihrer Mutter die Heimatwelt zurückgeben Oder zumindest eine starke Flotte Das war seine Art, seine Liebe zu zeigen Ich würde gerne auch mal was über ihre Mutter erfahren Aber naja Sie erwählten eine Blase Ich verstehe nicht Sie stecken ihre Kinder in Blasen? Umwelteinheiten Es ist ein Schritt zwischen dem Vertrauen auf das Immunsystem der Mutter Und einem eigenen Anzug Durch die Blasen können Eltern mit ihren Kindern sicher die Reinräume verlassen Erst als Jugendliche tragen wir eigene Anzüge Es gibt eine Feier, wenn ein Kind seinen ersten Anzug bekommt Es gilt dann als erwachsen Okay Notwendige Beweise Welche Art von Beweisen hat denn bei den Admiralen Gewicht? Tali, du hast zugegeben, dass du deinem Vater für dieses Projekt Gath-Teile geschickt hast Ja, aber nichts, was online von allein hätte zurückkommen können Ich habe alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen Dann besorge die Unterlagen über die Lieferungen und die Experimente Du musst beweisen, dass du vorsichtig warst Etwas, das beweist, dass alles nur ein schrecklicher Zufall war Die niemand hätte vorhersehen können Okay, Streit der Admiralen Es schien unter den Admiralen noch andere Streitpunkte zu geben Sie haben das bemerkt In der Tat, die Präsenz der Gath macht die Angelegenheit ziemlich heikel Der Admiralitätsrat will entscheiden, ob er sich auf die Entwicklung der Kolonien konzentrieren soll Oder aber versuchen, die Heimatwelt zurückzuerobern Du denkst an Krieg? Gegen die Gath? Ich nicht, Tali, aber andere schon Das ist keine gute Idee Ich habe die Stärke der Gath schon einmal gesehen Ich weiß, dass die Migrantenflotte gewaltig ist Aber selbst sie können es nicht mit in Gath aufnehmen Wir sind es müde, von Stern zu Stern zu ziehen, Shepard Wir wollen unsere Welt zurück Das kann ich verstehen Wir haben genug für unseren Fehler bezahlt Ich sage hier nicht einfach meine Meinung Ich tue kund, aus welcher Richtung der Wind weht Okay, auf Wiedersehen Wir sollten weitergehen Das sollten wir Viel Glück auf der Alarai Danke Können wir gebrauchen Admiral Gareth Ich hätte nicht gedacht, dass Menschen so gute Redner sein können Ja, halt Wir können auch gut reden, wenn wir wollen Tali, ich bin froh, dass Admiral Rahn durchgesetzt hat, dass du zur Alarai fliegst Hoffentlich findest du was, um deinen Namen reinzuwaschen Ich bin mehr daran interessiert, meinen Vater zu finden, Admiral Ich wünsche dir Glück Und erledige unterwegs ein paar Gärten Machen wir auf jeden Fall Und Sie sind also Käpt'n Shepard? Ja Admiral Herrn Gareth war's niemand Sehr angenehm Um ehrlich zu sein, ich hatte Bedenken, ein Mensch könnte zu schwach und demütig sein Aber so wie Sie mit Admiral Chorus umgesprungen sind Tali ist in guten Händen Sind Sie auf Talis Seite? Ich habe das Gefühl, Sie sind bereit, der Verteidigung Glauben zu schenken Freut mich, dass das wenigstens auf einen der Richter zutrifft Wenn du Ryle lediglich inaktive Teile für seine Tests gegeben hast, habe ich damit kein Problem Wir müssen testen, wie unsere Waffen bei Gath Material wirken Ich kenne dich und deinen Vater Ihr habt zu viel in diese Flotte investiert, um etwas zu tun, das unsere Sicherheit gefährdet Und ihr seid beide klug genug, um keine Fehler von der Art zu machen, wie man sie euch jetzt vorwirft Okay, Laborschiff Können Sie mir etwas über die Alaray sagen? Nichts Gutes Wir haben ein paar unserer besten Marines in diese Hölle geschickt Und nur verdammt wenige kamen wieder raus Was immer Ryle dort gemacht hat, es muss ihm unter den Händen explodiert sein Im Schiff wimmelt es von Gath Rechnen Sie besser nicht mit Überlebenden Admiral, mein Vater, Ihr Freund ist auf diesem Schiff Das weiß ich, Tali Aber wenn Sharla dich nicht als Freiwillige vorgeschlagen hätte, wäre die Alaray bereits zerstört worden So sieht's aus Andere Admirale Können Sie mir etwas über die anderen Admirale sagen? Etwas, das mir hilft, ihre Meinung über Tali zu beeinflussen? Die, die du nicht erkannt hast, Tali, ist Admiral Zem Sie will sich nicht festlegen und nimmt die Sicherheit der Flotte sehr ernst Andererseits war sie immer dafür, die Gath genauer zu studieren Hoffentlich erkennt sie die Vorteile von Royales Forschung Admiral Chorus ist der gleiche weinerliche Anzugsscheißer wie immer Was ist so schlimm an Chorus? Sie sind mit Admiral Chorus Politik also nicht einverstanden? Oder ist es was Persönliches? Der Mann ist ein verdammter Verteidiger der Gath Er hält es für falsch, dass wir vor Jahrhunderten versucht haben, sie zu zerstören Vielleicht war das auch falsch Er will, dass wir neue Kolonien bilden Anstatt die Heimatwelt zurück zu erobern Jede Forschung in Sachen Gath macht ihn wütend Bei dem werden sie kaum eine Chance haben, fürchte ich Vergangenheit mit Wild Zor Sie und Talys Vater kennen sich also schon lange? Wir haben während eines ziemlich üblen Überfalls der Batarianer gemeinsam auf dem Jäger Jaska gedient Wir waren fast noch Kinder und leisteten unseren Dienst vor der Pilgerreise ab Zehn Mann Crew, sechs davon tot Kinetische Barrieren ausgefallen Rael und ich waren allein auf der Brücke und die Batarianer griffen einen Frachter an Was ist geschehen? Haben sie den Frachter gerettet? Unser Schiff hatte Befehl die Position zu halten Aber Rael hat mich angesehen und gesagt Wir sind nicht volljährig, sie können uns nicht bestrafen, wenn wir die Formation verlassen Er übereinander steuer, ich die Geschütze und wir haben den Frachter gerettet Für die Crew waren wir Helden Wir hohen Tiere nannten uns Idioten Klatschten uns Lametta auf die Anzüge und schickten uns vorzeitig auf die Pilgerreise So war Rael Streit der Admiräle Es klingt als ging es hier politisch um mehr als nur darum, dass Tali Ausrüstung zurückbringt Ist Ihnen das aufgefallen? Talys Vater hat nicht nur aus Spaßwaffentests an den Gath durchgeführt Er suchte nach einem Ansatz, der uns beim Frontalangriff auf die Gath den entscheidenden Vorteil verschafft Ich wusste, dass Vater eines Tages die Heimatwelt zurückerobern wollte, aber sind wir denn schon so weit? Ich weiß nicht, Kleines Die Stimmen dafür hatten wir fast schon Wir müssen nur noch dem Volk die Hoffnung auf den Sieg vermitteln Es ist trotzdem ein riskantes Vorhaben Ich hoffe sehr, dass die Quarianer einen Diebensraum finden werden, Admiral Aber sie spielen wirklich mit dem Feuer Wir sind zu bequem geworden, Shepard Wir haben die größte Flotte der Galaxie und schippern damit nur untätig durch den Weltraum Wir brauchen diese Flotte vielleicht im Kampf gegen die Reaper, Admiral Auf jeden Fall brauchen wir die Auf Wiedersehen Danke für die Informationen Halte durch, Kleines Danke, Admiral Und jetzt sprechen wir noch mit Admiral Chorus Angesichts ihrer Fähigkeiten, eine Zuhörerschaft zu manipulieren, Mensch Habe ich Tally einen Gefallen getan, indem ich was niemals von ihrem Namen entfernt habe Commander Shepard, das ist Admiral Salkorris, was Quip Quip Fragen Sie nicht nach dem Namen Mir macht die Sache keinen Spaß, Tally, wirklich nicht Aber Sie haben unsere Flotte schwer gefährdet und enthehrt So, äh, keine Schiffsname Haben Sie ein Schiff namens Quip Quip? Oh, jetzt geht's los Jaaa Unser Volk hat in schwierigen Zeiten auch mal gebrauchte Schiffe von anderen Kulturen gekauft Und hin und wieder sind beim Ändern der Registrierung Schwierigkeiten aufgetreten Die Bürger der Schiffe mit fremdartigen Namen haben dieses Stigma mit Würde und Ehre ertragen Warum haben Sie es nicht weggegeben? Wenn es Sie stört, sollten Sie sich vielleicht ein anderes Schiff suchen Oder ein anderes suchen Ich habe bisweilen erwogen, mich versetzen zu lassen Auf ein Schiff mit einem respektablen Namen, wie DeFrance oder Ictomy Aber ich bin stolz auf die Quip Quip Und werde sie wegen lächerlicher Beleidigungen nicht verlassen Laborschiff, können Sie uns darüber was erzählen? Können Sie mir etwas über die Alarai sagen? Nur, dass es besser gewesen wäre, sie zu zerstören Wenn wir dort Beweise für die Aktivitäten von Tally und ihrem Vater finden Wird es unmöglich sein, die anderen Admirale zu überzeugen Ich habe keine aktiven Geth auf die Alarai gebracht, Admiral Ich weiß, wie gefährlich das wäre Es waren nur Einzelteile Das eroberte Schiff Seine Crew hingemordet von lebenden Besen Voller Schmerz Straft Sie Lügen, Tally Zora Haben Sie eine Abneigung gegen... Haben Sie eine Abneigung gegen Tally? So, jetzt! Was genau ist eigentlich Ihr Problem mit meinem Crewmitglied, Admiral? Genau, wo liegt dein Problem mal? Ich respektiere Tally sehr Ihre Aktion gegen Saren verlangt große Anerkennung Meine übrigens auch Aber wie Ihr Vater ist sie nur an der Zerstörung der Geth interessiert Jene Wesen, die wir geschaffen haben und denen wir Unrecht getan haben Die Geth haben uns von unserer Heimatwelt vertreten Natürlich haben sie das Nachdem wir versucht haben, sie auszulöschen Streitadmirale Sie und die anderen Admirale scheinen uneins zu sein, was Talys Prozess angeht Das ist richtig Tally, ich entschuldige mich, dass Ihr Verfahren von so etwas beeinflusst wird Die anderen Admirale wollen Krieg Rial Zora war mit der Entwicklung neuer Waffen für den Kampf gegen die Geth befasst Lieber sehen Sie zu, wie unsere Flotte im Himmel über der Heimatwelt aufgerieben wird Statt eine neue Kolonie zu gründen und sich anzupassen Bevorzugen Sie also Frieden? Können die Quarianer nach allem, was passiert ist, mit den Geth-Co existieren? Ich weiß es nicht Aber wir verdienen eine Antwort auf diese Frage Sie sind unsere Kinder, Shepard Wir haben einander Schreckliches angetan Aber das muss ein Ende haben Für beide Seiten Deshalb kann ich die Experimente nicht gutheißen Bei deren Durchführung Sie geholfen haben, Talysora Das muss allen klar gemacht werden Ich verstehe, Admiral Ich bin nicht Ihrer Meinung, aber ich verstehe Auf Wiedersehen, Admiral Wir sollten weitergehen Leben Sie wohl, Talysora Alles Gute Es überrascht mich, dass Sie das sagen Ich hasse Sie nicht, Tally Ich halte nur die Kriegspläne Ihres Vaters für falsch Gut, jeder hat seine Meinung Also gibt sich jeder jetzt die Hand und jeder geht seines Weges Jetzt gehen wir noch kurz nach vorne Wo ist denn hier die Andruckschleuse? Ja, ja, sie ist nicht schuldig Da hinten ist die Shuttle-Wache Und ich würde sagen, ich mache hier mal einen Cut Und wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Mass Effect 2 wieder Haut rein, Leute Auf Wiedersehen, Leute Auf Wiedersehen, Leute Auf Wiedersehen, Leute Untertitelung des ZDF, 2020